Guten Abend und herzlich willkommen. Schön sind Sie mit dabei. Wir sind heute Abend hier in Wittenbach in der Ostschweiz und zwar bei der Firma Abacus. Eine Firma, die seit jeher mit viel Passion und Innovationsgeist Business Software entwickelt. Und um Passion und um Innovation geht es auch heute Abend, wenn auch in einem etwas anderen Rahmen. Es geht heute nämlich um Musik, um Text, um Kultur. Oder anders gesagt, es geht um einen Traum, der Wirklichkeit wurde. Der Traum nämlich von Elisabeth Escamilla, der Initiantin und Produzentin der Konzertreihe Abaconsults. Elisabeth Escamilla wünschte sich nämlich aufgrund ihrer großen Liebe zur Musik, dass Musikerinnen und Musiker trotz Corona eine Bühne finden, auf der sie ihre Kunst darlegen können und eben anderen eine Freude bereiten können. Eine schöne Idee, die auch von diversen Personen und Organisationen mitgetragen wird. Daher gilt zuerst ein großes Dankeschön all denen, die eben zur Realisierung beigetragen haben. Und dazu gehören Claudio Hintermann, der CEO von Abacus, Martin Riedener, der Leiter Marketing von Abacus, aber auch Japeel, Deep Cloud, Swiss21, Money Today und Escamilla Production. Sie alle ermöglichen diese Konzertreihe. Und die Konzertreihe Abaconsults findet heute zum dritten Mal statt. Heute mit dem Duo Claire Pasquier und Matthias Flückiger. Ein Duo, das an Energie und vor allem auch an Spontanität fast nicht zu überbieten ist. Dazu gleich mehr. Vorher möchte ich Sie aber gerne noch auf unsere Homepage aufmerksam machen www.abaconsult.ch, aber mit einem B geschrieben. Dort finden Sie nämlich ganz viele Hinweise zur Idee, aber auch zum Hintergrund und zu den Künstlerinnen und zu den Künstlern. Und ganz wichtig, Sie finden dort auch die weiteren Konzerttermine. Also ich kann nur sagen, ein Blick, ein Klick, das lohnt sich. Und wenn Ihnen die Idee von Abaconsult gut gefällt und Sie das auch selbst unterstützen möchten, dann schreiben Sie uns doch eine E-Mail an info at abaconsults.ch. Weitere Sponsoren sind nämlich herzlich willkommen. Und nun zum Duo Claire Pasquier und Matthias Flückiger. Ein Duo, das weit mehr sondern auch die Freude ist. Und was nun kulturell entsteht, wenn Talent, Herzblut ist nie genau, was einen erwartet für Claire Pasquier. Musik Untertitelung des ZDF, 2020 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 Meine sehr verehrten Amen und Herren, Wie wichtig ist die Vollständigkeit unserer Sprache? Welche Beäutung kommt ihr Behinderung euch als Fehlen eines Buchstabens zu? Nun lassen Sie mich unsere Sprache mit einem Gebäude vergleichen. Ein Haus, als auf mehreren Pfeilern ruht, verschiedene Träger dieses Hauses. Ist einer dieser Träger nicht vorhanden, wird das Haus weiterhin bestehen bleiben, wird weiterhin bewohnbar sein, Ich kann weiterhin verstanden werden, meinem Enken und Fühlen über as mei um ihr Sprache aus Ruck verleihen. Ach, i Gäste, i Freunde, i ich in mein Haus lae, so wie Elisabeth hier uns eingeladen hat, Nun, es werden nicht ijenigen sein, i as Fehlen einer stütze es Gebäudes meiner Sprache zum Mittelpunkt Essen machen, was sie zur Sprache kommen lassen. Wir werden weniger Freunde haben, Och, es werden Menschen sein, ihren Aufmerksamkeit ich vertrauen, Arf Menschen, i hören wollen, was ich zu sagen habe. As aber ist, in ein zeiter Buchstabe fehlt, und an ein Eierer, ein Reer, As Haus meiner Akeln es ihr Schanken, Empfehlen Reier meiner Buchstaben, Komm eine unverhältnismäßig größere, Ich, ich, kein größere Beäugung zu, Als empfehlen bloß eines meiner Buchstaben, Ich arf nicht zu, I an ihren Geanken losreden, Einfach sprechen, I meine Orte kommen, Ich habe sorgfältig auszuählen, In welche Orte ich mein Enken kleihe, Ich habe um Ege meiner Sprache zu gehen, Ill ich von meinen Hoffnungen erzählen, Meine Probleme ergeben, Meine Wünsche, Aber auch meine Rauer. Ich ehe noch verschanden, Och, nur mit Mühe, Und manche meiner Orte bleiben bereits auf Erschrecke. As nun ähre, Öhre ich immer eia, Errau, Er fiehre, Usch ae, Ühre mir geschonen, Und amit nicht genug, Er, Ön, Ähre auch noch eck, Ön, Usch ae, Meine Armen und Herren, Über i ich nicht verüge, Nun, ich enke, Ich erhaube, As es rotz em i in jeem anderen Haus, Auch möglich eere, Mich zu verstehen, Und zu begreifen, Ich kann enorm ehrsprache nicht erüllen, Och, ich kann noch immer verschanden ehren, Meine Armen und Herren, In ich verpflichte, Einer Mindestzahl, Erohrung einer Mindestzahl, Anlauten nachzukommen, Aber sie bereit sind mir zuzuhören? Ich enke, Nein, Ich enke mich an Isaschelle, Ühr ihre Geul, Und ehe sie, Ihren Reich um, Ihr Vermögen mit anderen zu eilen. Vielen Dank. Ich erinnere, Untertitelung des ZDF, 2020 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 Wir müssen wieder wagen zu träumen, radikal zu träumen und mutig. Ich sage Ihnen, ich habe mich noch nie geschämt dafür, ein Träumer, ein Spinner zu sein und als Utopist verlacht zu werden. Und was ich mir erträume, ist mehr als eine Revolution, ist eine totale Umwälzung der Werte unserer wertlosen Gesellschaft. Es sind Menschen, die miteinander suchen, hoffen, sündigen und verzeihen. Menschen, die sich anlächeln, statt sich im Wettbewerb um den besseren Job fast umzubringen. Ich will in keiner Gesellschaft leben, in der all jene am meisten entlohnt werden, die die wirklich wichtige Arbeit verrichten. Am miesesten entlohnt werden, die die wirklich wichtige Arbeit machen. Krankenpflegerinnen, Hospizarbeiterinnen, Müllarbeiterinnen und ach so viele mehr. Und wo die unwichtigsten Berufe am besten bezahlt werden. Und ich denke, wir wissen, welche wir meinen. Und vielleicht verstehen jetzt viele Menschen in dieser Krise, dass die Güter und Ressourcen dieser Welt allen gehören sollten. Bildung, Erde, Luft, Gesundheit, Wohnung, sauberes Essen, sauberes Wasser. Wie konnten wir es jemals zulassen, dass Luft, Erde, Wasser oder der genetische Code von Pflanzen und Tieren zu Privateigentum gemacht wurde und gemacht wird? Wir sollten jetzt endlich die Türen, die Türen der jetzt ohnehin nutzlosen, leerstehenden Luxushotels überall öffnen. Und die schutzsuchenden Menschen aus den Kriegsgebieten dieser Welt, für die schutzsuchenden aus Syrien, aus Kurdistan, aus Afghanistan, Somalia, dem Irak und den Geflüchteten. Aus den Menschen, aus den menschenunwürdigen Lagern an den EU-Außengrenzen wie in Moria auf Lesbos und den Folterlagern in Libyen, die jetzt besonders schutzlos vom Virus ausgeliefert sind. Wir sollten ihnen diese Hotels öffnen. In solchen Hotels treffen sich jedes Jahr die Kriegsstrategien der NATO und die Rüstungsstrategien der Welt. Stellen Sie sich vor, was wäre doch das für ein Fest des Friedens und der Liebe, wenn in diesen Hotels die traumatisierten Kinder und Familien, die vor den Waffen und Kriegen dieser Herren des Todes fliehen mussten, in Frieden leben könnten. Jetzt ist es an der Zeit, den Stopp für alle Rüstungsproduktionen und Rüstungsexporte zu fordern. Und es ist Zeit für einen Waffenstillstand weltweit. Ein Waffenstillstand, der vielleicht den Menschen zeigen würde, dass Frieden sehr viel erstrebenswerter ist. Jetzt ist es an der Zeit, auf die wunderbare Hannah Arendt zu hören. Die gesagt hat, Kein Mensch hat das Recht zu gehorchen. Gehorsam kann nie eine Rechtfertigung sein für das eigene Handeln oder Nichthandeln. Zitat Ende. Und jetzt ist es an der Zeit, über die Utopie zu sprechen, einer herrschaftsfreien Welt, wo der Menschen miteinander unser Sein zusammenhält. Jetzt können wir erkennen, dass wir alle Menschen einer Gemeinschaft sind und nicht gemeine Wesen, zu denen uns der Neoliberalismus immer erziehen wollte. Und wir müssen jetzt und sofort unsere Stimmen erheben für alle Schutzsuchenden, für die Geflüchteten, Gefangenen und Obdachlosen. Vielleicht kommen wir jetzt alle der Erkenntnis näher, dass wir alle eins sind. Und wie singt es Konstantin Wecker schon länger? Es ließ mich erkennen, wir sind nicht zu trennen. Woher wir auch stammen, wir sind eins und zusammen. Freiheit, du sollst keine Angst haben vor nichts und niemandem. Freiheit, du sollst keine Angst haben vor nichts und nicht zu trennen. Was keiner wagt, das sollt ihr wagen. Was keiner sagt, genau das sagt heraus. Was keiner denkt, das wagt zu denken. Was keiner denkt, das wagt zu denken. Was keiner anfängt, das führt aus. Wenn keiner ja sagt, sollt ihr es sagen. Wenn keiner nein sagt, na dann sagt doch nein. Wenn alle zweifeln, wagt zu glauben. Wenn alle mit tun, steht allein. Wo alle loben, habt bedenken. Wo alle spotten, da spottet nicht. Wenn alle geizen, dann wagt zu schenken. Wo alles dunkel ist, da macht Licht. Wo alles dunkel ist, macht Licht. Konstantin Wecker. Ein Lied, was gerade in heutiger Zeit wieder sehr an Aktualität gewonnen hat. Es ist so eine Sache, während Corona, man sitzt zu Hause, vor allem im Lockdown und fragt sich, was machen wir den ganzen Tag. Zum Beispiel etwas, was man nicht so wagt, um es mit Georg Kreisler auszudrücken, Claire. Schatz, das Wetter ist wunderschön, da leide ich's nicht länger zu Haus. Heute muss man ins Grüne gehen, in den bunten Frühling hinaus. Jede Bursch mit seinem Mädel und einem fröhres Paketerl sitzen heute im grünen Klee. Du, Schatz, ich hab' eine Idee. Schau, die Sonne ist warm und die Lüfte sind lau. Immer Tauben vergiften im Park. Die Bäume sind grün und der Himmel ist blau. Komm, wir gehen Tauben vergiften im Park. Wir sitzen zusammen in der Laube und jeder vergiftet der Taube. Der Frühling, der dringt ins änderste Mark beim Tauben vergiften im Park. Schatz, geh, bring das aus Sehnschwind her. Das hat sich am besten bewährt. Streu's aufs Grahambrot kreuz und quer und nimm's Scherzl, das Fressen zu gern. Erst verjammert die Spatzen, da die Spatzen tun einem alles verpatzen. So Spatzerl ist g'schwind, des frisst Gift auf ihm nu. Und das Taubele ist arme Schau zu. Ja, der Frühling, der Frühling, der Frühling ist hier. Immer Tauben vergiften im Park. Kann's geben im Leben ein grüßes Pläsier. Als Tauben vergiften im Park. Da Hansi, der geht mit der Mali. Die Mali, die hat Zyankali. Die Arzen sind schwach und die Liebe ist stark. Beim Tauben vergiften im Park. Nimm für uns zwei was zum Naschen, aber in der anderen Taschen. Geh mal Tauben vergiften im Park. Das war ein kurzer Applaus, aber Sie können ja zu Hause applaudieren, wenn Sie wollen. Wir warten derweil. Dankeschön. Vielleicht noch auf die Claire mit der Kamera. Auch da ein Applaus. Danke. Sehr schön. Ja. Die nächste Nummer machen wir wieder zusammen so schön mit Text und Musik. Ich hoffe, es gefällt Ihnen. Der Inhalt kommt dann auch mal ganz anders rüber. Ich gönne mir einen Schluck Wasser. Du darfst schon mal anfangen. Okay. Die 27-jährige Sophie öffnet die Tür, lächelt unter der Maske. und bittet hinein in die Küche und ins Esszimmer des Hauses. Matthias? Ja? Das ist der falsche Text. Oh. Oh Gott. Eigentlich ist jetzt Goethe dran. Ich habe die Mikro-Zeitung erwischt. Entschuldigung. Frühlingsedition, oder? Ja, genau. Der Link zur nächsten Nummer ist Ostern. Ostern steht vor der Tür. Es ist ein klassisches Programm und ein Text, der viele von Ihnen in der Schule lesen mussten. Und viele fanden ihn grauenhaft und haben ihn nicht verstanden. Wir haben ihn ausgeweht, heute Abend Ihnen hier zum Besten zu geben. Mendelssohn überlegt mit Goethes Osterspaziergang aus Faust 1. Oder auch Mendelssohn oder Schumann. Schumann? Spielst du Schumann? Ich spiele jetzt Schumann. Spiel doch Goethe. Okay. Okay. Vom Eise befreit sind Strom und Bäche durch des Frühlingsholden belebenden Blick. Im Tale grünet Hoffnungsglück. Der alte Winter in seiner Schwäche zog sich in raue Berge zurück. Von dorten sendet der Fliehend nur Ohnmächtige Schauer, Körnigen Eises in Streifen über die grünende Flur. Aber die Sonne duldet kein Weißes. Überall regt sich Bildung und Streben. Alles will sie mit Farben beleben. Doch an Blumen fehlt's im Revier. Sie nimmt geputzte Menschen dafür. Kehre dich um, von diesen Höhlen nach der Stadt zurückzusehen. Aus dem hohlen, finstern Tor dringt ein buntes Gewimmel hervor. Jeder sonnt sich heute so gern. Sie feiern die Auferstehung des Herrn. Denn sie sind selber auferstanden. Aus niedriger Häuser, dumpfen Gemächer, aus Handwerks- und Gewerbesbanden, aus dem Druck von Giebeln und Dächern, aus der Straßen quetschender Enge. Aus der Kirchen ehrwürdiger Nacht sind sie alle ans Licht gebracht. Sieh nur sieh, wie behennt sich die Menge durch die Gärten und Felder zerschlägt, wie der Fluss in Breit und Länge so manchen lustigen Nachen bewegt. Und bis zum Senken überladen, entfernt sich dieser letzte Kahn. Selbst von des Berges fernen Farben blinken uns farbige, farbige Kleider an. Ich höre schon des Dorfes Getümmel, hier ist des Volkes wahrer Himmel. Zufrieden jauchzet, groß und klein, hier bin ich Mensch, hier darf ich sein. Schumann und Goethe. So, es ist Zeit wieder für ein kleines Lied. Ein Lied, zu dem wieder Georg Kreisler die Melodie geschrieben hat und auch den Großteil des Textes. Wir haben ein bisschen abgeändert. Ich denke jeden Nachtmittag an Abacus, obwohl ich niemand dieses Namens kenne. Und jede Nacht träume ich erneut von Abacus. Ja, wenn ich nachts nicht träumen soll, wann dann? Am Morgen unterhalte ich mich mit Abacus. Er steht dann neben mir und trinkt Kaffee. Die Reise zum Büro mach ich mit Abacus. Ich hoffe, dass ich Abacus mal sehe. Träume sind nicht Schäume, sind nicht Schall und Rauch, sondern unser Leben so wie wache Stunden auch. Wirklichkeit heißt Spesen, Träume sind Ertrag. Träume sind uns sicher schwarz auf weiß wie Nacht auf Tag. Am Abend kehre ich heim zu meinem Abacus. Es wartet schon und freut sich sicherlich. Und geh ich dann zu Bett, so weiß ich. Abacus liegt schon im Bett und wörtet still auf mich. Manche gehen ins Kino oder ins Café. Manche schließen Ehen und das Scheiden tut dann weh. Manche haben Kinder, viele haben Streit. Manche sind erfolgreich und zum Träumen nicht bereit. Am einfachsten und billigsten ist da Abacus. Das ist nicht viel und nimmt nur wenig Raum. Ich wünsche allen Menschen einen Abacus. In Wirklichkeit doch besser noch im Traum. So, das war, glaube ich, das erste Lied, das Abacus je gewidmet wurde. Kann das sein? Ich weiß es nicht. Es würde uns freuen. Danke an Georg Kreisler. So, und jetzt, Claire, jetzt kommt eine Nummer, die uns sehr am Herzen liegt. Das im Ernst. Wir haben sie mitgebracht, weil wir sie sehr gerne spielen und ihnen vorspielen möchten. Wir haben sie mitgebracht, weil wir sie sehr gerne spielen. Wir haben sie mitgebracht, weil wir sie sehr gerne spielen. Wir haben sie mitgebracht, weil wir sie sehr gerne spielen. Wir haben sie mitgebracht, weil wir sie sehr gerne spielen spielen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Danke an Keith Jarrett. Shannon Doher, ein Arrangement von Keith Jarrett. Kein Weg führt in der klassischen Musik an Bach vorbei und für mich führt kein Weg an Berthold Brecht vorbei. Claire Pasquier hat die Goldberg-Variation auf CD eingespielt, eine Aufnahme, die ich Ihnen nur ans Herz legen kann. Wir haben eines der schönsten Gedichte in meinen Augen von Berthold Brecht über den ersten Satz der Goldberg-Variation gelegt. Und zwar die Entstehung des Buches Tao Te Ching auf dem Wege des Laozi in die Immigration. Dieses Buch Tao Te Ching umfasst, kann ich es richtig sagen, 81 Sprüche. Sie werden gleich hören, wie die laut Brecht entstanden sind. Musik 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 Als er 70 war und war gebrechlich, drängte es den Lehrer doch nach Ruhe. Musik Musik Denn die Weisheit war im Lande wieder einmal schwächlich, und die Bosheit nahm an Kräften wieder einmal zu, und er gürtete in den Schuhen. Musik Und er packte ein, was er so brauchte, wenig, doch es wurde dies und das. Musik So die Pfeife, die er abends immer rauchte, und das Büchlein, das er immer las, Weißbrot nach dem Augenmaß. Musik Freute sich des Hals noch einmal und vergaß es, als er ins Gebirg den Weg einschlug. Musik Und sein Ochse freute sich des frischen Grases kauend, während er den alten trug, denn dem ging es schnell genug. Musik Kostbarkeiten zu verzäunen? Musik Und der Knabe, der den Ochsen führte, sprach, er hat gelehrt, und so war auch das geklärt. Musik Doch der Mann in einer heiteren Regung fragte noch, hat er was rausgekriegt? Sprach der Knabe, dass das weiche Wasser in Bewegung mit der Zeit den mächtigen Stein besiegt. Musik Du verstehst, das Harte unterliegt. Musik Dass er nicht das letzte Tageslicht verliere, trieb der Knabe nun den Ochsen an. Und die drei verschwanden schon um eine schwarze Föhre, da kam plötzlich Fahrt in unseren Mann. Und er schrie, Hey du! Halt an! Was ist das mit diesem Wasser, Alter? Hielt der Alte, interessiert es dich? Sprach der Mann, ich bin nur Zollverwalter, doch wer wen besiegt, das interessiert auch mich. Wenn du's weißt, dann sprich, schreib mir's auf. Dicktier ist diesem Kinde, sowas nimmt man doch nicht mit sich fort. Da gibt's doch Papier bei uns und Tinte und ein Nachmal gibt es auch, ich wohne dort. Über seine Schulter sah der Alte auf den Mann. Flickjoppe, keine Schuh und die Stirn eine Eins gefallte. Ach, kein Sieger trat er auf ihn zu, und er murmelte, auch du? Eine höfliche Bitte abzuschlagen war der Alte, wie es schien zu alt. Denn er sagte laut, die etwas Fragen verdienen Antwort. Sprach der Knabe, es wird auch schon kalt. Gut, ein kleiner Aufenthalt. Und von seinem Ochsen stieg der Weise, sieben Tage schrieben sie zu zweit. Und der Zöllner brachte Essen, und er fluchte nur noch leise mit den Schmugglern in der ganzen Zeit. Und dann war's soweit. Und dem Zöllner händigte der Knabe eines Morgens einundachtzig Sprüche ein. Und mit einem Dank für eine kleine Reisegabe bogen sie um jene Föhre ins Gestein. Sagt jetzt, kann man höflicher sein? Aber rühmen wir nicht nur den Weisen, dessen Name auf dem Büchlein prangt. Denn man muss dem Weisen seine Weisheit erst entreißen. Drum sei der Zöllner auch bedankt. Er hat sie ihm abverlangt. Das ist das, was wir sehen. Vielen Dank, Claire Pasquier, Matthias Flückiger. Wie das bei den ABBA-Consults ja so üblich ist, möchten wir auch gerne die Menschen hinter den Künstlern noch etwas beleuchten, noch ein bisschen kennenlernen. Wir haben abgemacht, dass wir das Interview in Hochdeutsch machen, obwohl du wunderschön Berndeutsch sprichst und du auch sehr gut Dialekt kannst. Aber so können vielleicht ein paar Menschen es besser verstehen. Claire, ich möchte dich gerne zuerst fragen, ihr seid schon seit über 20 Jahren als Duo unterwegs. Welche Zutaten braucht es, damit man als Duo eben so lang Bestand hat? Die Zutaten. Das ist ein ganz bunter Rezept eigentlich. Das entsteht aus einer Mischung von Spontanität, Humor, wilden Ideen und irgendwie, dass das alles in einem Paket dann irgendwie eingepackt ist. Und was da rauskommt, eigentlich wissen wir es selber meistens nicht. Aber ja, das ist nie langweilig. Nie langweilig, das glaube ich aufs Wort. Warst du schon immer so ein spontaner Mensch, Matthias? Als Kind bestimmt nicht, da war ich unglaublich schüchtern. Das kam dann erst später irgendwann, ich weiß auch nicht. Ich habe meine Schüchternheit damit überspielt, dass ich eben gespielt habe. So bin ich wahrscheinlich zum Theater gekommen. Und weil wir beide sehr viel Blödsinn im Hirn haben und uns das Spaß macht, arbeiten wir gerne zusammen. Ich würde noch eine Zutat dazu tun, die 20 Jahre, und ich hoffe, es werden nochmal 20 und mehr, schlichtweg eine große Sympathie. Und ich sage mal, Seelenverwandtschaft irgendwo, das ist uns immer noch nicht langweilig geworden. Ich glaube, Vertrauen ist ja auch ganz wichtig. Und du hast es angesprochen am Anfang, wie habt ihr euch eigentlich kennengelernt? Ich glaube, da war ja Vertrauen auch ganz wichtig, nicht? Ja, stimmt, genau. Erzähl mal. Das allererste Treffen mit Matthias war mit meinem frisch geborenen Kind, erstes Kind, der André, im Theater gerannt mit einem Kinderwagen und spät für eine wichtige Probe. Und bin hin und her gerannt mit diesem armen Kind und habe Matthias gesehen, habe ihn gar nicht gekannt und habe einfach gefunden, ja, mein erster Babysitter, da ist er. Und natürlich hat er, ja, klar, mache ich mit, weil er selbe Probe hat, irgendwie hat er das geschafft. Und ja, so hat es begonnen. Wunderbar. Und wie seid ihr denn auf die Idee gekommen, auch diese Kombination zu machen zwischen literarischen Texten und Musik? Wie seid ihr darauf gekommen? Musik hat mich immer schon sehr beschäftigt, begleitet. Musik ist mir unglaublich wichtig. Und ursprünglich wollte ich ja mal Schlagersänger werden als kleines Kind. Das kann noch werden. Kann noch werden, wer weiß. Und ich habe jahrelang mit einem Freund zusammen, der Paukist am Symphonieorchester war, Hans-Peter Völkle, ein Programm gemacht, Sprache, Rhythmus, Rhythmus, Sprache. Habe immer schon auf der Schauspielschule am Mozarteum in Salzburg mit Musikern gearbeitet. Also ich kenne es nicht anders, ich möchte es nicht missen. Okay, tönt gut. Und trotzdem, trotz dieser ganzen Neugierde, die er mitbringt, diese Spontanität, Claire, bei dir gibt es ja auch Dinge, die konstant geblieben sind. Zum Beispiel bist du beim Piano geblieben. Wann war denn der Moment, als du gemerkt hast, ich möchte gerne Konzertpianistin werden? Das ist noch nicht geworden. Also Konzertpianist ist eigentlich ein Begriff, den ganz wenig Menschen wirklich halten dürfen. Also ich bin eher sehr, ich fühle mich am wohlsten als Begleiter, Begleitperson. Also ich arbeite ganz viel mit Sängen, aber auch Instrumentalistin und natürlich den Matthias als Schauspieler. Aber ich begleite, ich bin eher der Typ, mich sehr flexibel anzupassen an andere, als in Funktion von einem wichtigen Duo-Partner. Ja, sagen wir, da bin ich am wohlsten. Wenn ich irgendwo die Zeit zwischendurch ein Solo spiele, das ist mir recht. Aber meine Kräfte sind so. Also du würdest dich in dem Fall nicht als Konzertpianistin, du würdest dich als Duo-Partnerin bezeichnen, als Pianistin? Zum Beispiel, ja. Ja. Auf Englisch heißt es Accompanist. Sie ist aber großartig im Konzertsaal auch schon erlebt. Absolut, da habe ich eben auch schon darüber gelesen. Und du bist ja auch als Schauspieler unterwegs. War das schon immer deine Passion? War das schon immer klar für dich, dass du Schauspieler werden möchtest? Das wussten alle anderen in meiner Familie, bevor ich das wusste. Das war effektiv so. Es war niemand erstaunt. Ich dachte, meine Eltern kriegen die Krise, aber das haben sie überhaupt nicht gekriegt. Aber wie gesagt, mein erster tiefer Wunsch war, Musik zu machen. Also ich habe auch Klavier gespielt als Kind, aber Klavier und Theater. Also ich war im Teenie-Alter ein armes Mensch, weil da ist es gerade als Junge unglaublich lässig, wenn man ein toller Sportler ist und so. Und ich habe halt Musik gemacht und Theater gespielt. Für viele öd, heute bin ich froh drüber. Und heute ist aber auch eine schwierige Situation, gerade in dieser Pandemiezeit. Gibt es trotz allem, was schwierig ist, auch Dinge, die ihr sagt, das hat auch was Positives. Wie siehst du das, Claire? Oh ja, ich habe zum allerersten Mal, seit ich Kind war, Zeit zum Atmen, zum Projekten, Kreativität, ganz viele Ideen, für Sachen, die ich nie hätte, sonst in meinem Stressleben, nonstop, irgendwie bin ich nonstop vom einen zum anderen gerannt. und dank Covid dürfte ich einmal eine große Pause nehmen. Es ist ein bisschen lang, diese Pause, dürfte langsam auch zurückgehen. Aber in diesem Jahr habe ich unheimlich profitiert von der freien Zeit. Und wir haben vor einem Jahr, ziemlich genau vor einem Jahr, angefangen, solche Veranstaltungen zu machen, zusammen mit einem Pfarrer, weil wir die Mittel nicht hatten und gesagt haben, Pfarrer, du kannst nicht mehr predigen, wir nicht auftreten. Du, das Geistliche, wir, das Weltliche. Er ist darauf eingestiegen, haben solche Konzerte gemacht, genau nach dem Muster, immer Musiker dazu eingeladen, Musikerinnen. Und wir haben in diesem Jahr einen Verein gegründet, Opus 278. Die 278, das ist die Länge eines Konzertflügels, eines Fazioli, nicht irgendeines Flügels. Wohl das beste Instrument dieser Art im Moment in St. Gallen. Das steht an der Davidstrasse im Architekturbüro GSI, die uns Gastrecht gewähren. Und dort wollen wir, wenn Corona das dann mal wieder zulässt, vor Publikum, etwa 50 Leuten, Hauskonzertartige Veranstaltungen machen, mit Musik, mit Lesung. Das ist das eine, was wir gemacht haben. Und ohne Corona hätte man das überhaupt nicht geschafft. Also zuerst, erst mal war diese, wäre diese Flügel sonst unterwegs zwischen den Tonhallen Zürich und KKR. Und da hätte man, ja, das ist eigentlich ein Traum, der in Erfüllung gegangen ist. Genau, also Angela Hewitt, wenn Ihnen das was sagt, große Konzertpianistin, wirklich Konzertpianistin. Herbie Hancock, die wollen nur auf dem Instrument, nicht auf dem Typ, auf dem Instrument spielen. Jetzt haben wir das in St. Gallen. Wir sind allerdings dabei, das noch zu finanzieren. Also wenn jemand gerne für Aberkonzerts und Aberkonzerts unterstützen möchte, tun Sie das auf jeden Fall und gehen Sie da gleich noch ein bisschen auf die Homepage Opus 278, 278 in Zahlen und gucken Sie sich das an. Wir suchen noch Mitgliederinnen und Sponsorinnen, aber wir haben schon recht viel. Der Flügel kostet 50 Prozent seines Originalpreises. Wir haben den zu so günstigen Konditionen angeboten gekriegt. Er ist vorfinanziert, aber wir wollen das und müssen das Geld zurückbezahlen. Es fehlen noch, Claire. Ich bin nicht gut mit Zahlen. 30.000, 40.000. Also wir haben mehr als die Hälfte. Und wir sind zuversichtlich, wir kriegen das hin. Ich drücke ganz fest die Daumen und sage gerne noch mal die Webseite. Sie heißt www.opus278.ch und ich sehe Claire's Augen leuchten, wenn nur schon der Gedanke an diesen Flügel im Raum steht. Am Schluss vielleicht noch eine Frage. Ihr habt über Wünsche gesprochen, darüber zu träumen. Wenn ihr einen Wunsch frei hättet, was wäre das? Ach, dass wir endlich mal wieder loslegen können bei all diesen wunderbaren Plänen. Dass wir endlich mal ein Publikum haben und nicht dieses blöde Gerät mit dem Applaus drücken um ein Live-Kulturerlebnis zu haben. Da hoffe ich doch auch, dass das schnell wieder kommt. Was wäre denn dein Wunsch? Also spontan hätte ich auch gesagt, dass Covid endlich wieder aufhört. Und an dieser Stelle, Elisabeth, ein ganz herzliches Dankeschön. Toll, dass wir hier sein dürfen. Toll, dass du diese Konzertreihe hier gegründet hast. Und jetzt gucke ich ganz schnell zu Elisabeth und sage Danke. Muches gratias. Ja, ich denke auch, das ist eine wunderbare Konzertreihe, die wir hier gestartet haben, die eben den Musikerinnen und Musikern erlaubt. Wenigstens auf diese Art und Weise, aber das bringt auch so ganz viel Freude. Und auch Platon hat ja schon gesagt, es ist die Musik, die dem Universum Seele gibt. Also von daher eine wunderbare Idee. Und auch morgen findet schon das nächste Konzert statt. Dann mit der Gruppe Be Connected. Es geht dann um Swiss Pop und um Jazz. Und ich würde mich natürlich freuen und wir alle, wenn sie dann auch wieder einschalten, gleicher Ort, gleiche Zeit. Und ihr beide gebt noch eine Kostprobe eures Könnens. Ich verabschiede mich hiermit von Ihnen. Ich hoffe, dass ihr noch mindestens 20 Jahre lang als Duo gemeinsam Freude für euch, aber mindestens bereiten könnt. Und Ihnen zu Hause wünsche ich auch, dass Ihre Wünsche in Erfüllung gehen. Bleiben Sie gesund. Vielen Dank und damit an euch. Danke, Yvonne Seitz. Danke. 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 und sammeld kittyissä Willkommen im Zupa hol den Hammer Ich möchte glücklich sein Mama lass uns losfahren Pack den Hammer ein Heute ist ein Tag wie jeder Tag Doch morgen geht es los, geht es Schlag auf Schlag, Mama hol den Hammer und hauf feste rein, Mama ich bin sicher, du wirst Beste sein. So wie du, niemand hat diesen Schlag, doch morgen geht es los, Mama oh, du bist so stark. In Hammerfest ist ein Hammerfest, halt den Hammer fest und Hammer fest, hau ganz feste rein, du wirst Beste sein, niemand schlägt so zu wie du. Oh, den Nagel in das Holz, Mama oh, ich bin so stolz. Niemand schlägt wie du so zu, gibt so viele Lieder ohne Saft und Kraft. Doch dieses Lied von Mama, das hat Leidenschaft, denn ich bin so stolz und drum sing ich das Lied. Morgen ist der Tag, wo es jeder sieht, Mama nimmt den Hammer und dann haut sie rein. Keiner ist wie Mama, keiner haut so fein. Heute ist ein Tag, wie jeder Tag, doch morgen geht es los, Mama oh, geht es Schlag auf Schlag. Und jetzt alle! In Hammerfest ist ein Hammerfest, halt den Hammer fest und Hammer fest, hau ganz feste rein, du wirst Beste sein. Niemand schlägt so zu wie du, hau den Nagel in das Holz, Mama oh, wir sind so stolz. Niemand schlägt wie du so zu. Niemand 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 Mama, Mama, hol den Hammer, hol den Hammer, Mama, Mama, hol den Hammer, Mama, Hammer, Mama, Mama, du bist der Hammer, Mama. Thank you. Cheers. It's a Hammerfest. I'm Hammer, I'm Hammer. Ja, meine Damen und Herren, schön, dass Sie dabei waren. Ich hoffe, dass Sie auch morgen wieder dabei sind und bei allen anderen Konzerten. Uns bleibt zu sagen, Merci, Elie. Elisabeth, für den Abend mit dir. Merci, Merci, dieser Abend war schön, so schön. Elisabeth, sei nicht traurig, müssen wir auch von dir gehen. Adieu, 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 deine Tränen tun weh, so weh. Adieu, dieser Abend fliegt dahin, dahin. Elisabeth, weine nicht, auch das hat so seinen Sinn. Schau nach vorn, nicht zurück, zwingen kann man kein Glück. Denn kein Meer ist so wild wie dieser Abend. Nur dir, kann so sein, nur dank dir, kann er so sein, so sein, ja, so sein. Danke, Elisabeth, für den Abend mit euch. Danke, thank you. Merci, so schön, der Abend war schön. Very nice. Dank dir, so schön, merci, so schön, so schön, so schön, so schön. Merci. Grazie. Bleiben Sie gesund. Grazie. 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 Grazie a tutti. Wie so, bei. Grazie a tutti. Vielen Dank.